Willkommen zum Tutorial Nr. 4. Jetzt kommen wir wirklich zu Ternär geschriebenem Text. Da gibt es auch nichts zu interpretieren. Den werden wir genau so singen oder klatschen, wie er da steht. Sie sehen hier die ersten vier Takte von dem Blatt 4a. Was vielleicht sofort auffällt, ist die innere Triole. Die erscheint zwar im Kontext der ganzen Triole, also wenn alle drei da sind, aber wir haben noch keine Situation, wo wir zum Beispiel nur die innere Triole hätten. Sie werden das merken später in den kommenden Tutorials. Das ist eine ganz eigene Art von Text oder Feel und wir gehen jetzt erstmal diesen Schritt, lassen das aus, später kommt es dazu. Okay. Darf ich das kurz mal singen? So für Sie zum reinkommen in dieses viel. Erster Takt, zweiter, dritter und vierter von 4a. Wir klopfen das zusammen oder klatschen das. Eins, zwei, fünf, zwei, fünf, die 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 noch einmal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Okay, gut. Ich denke jetzt sind wir so ein bisschen in diesem Feeling drin von den Achteltriolen. Und schauen uns jetzt mal den kompletten Text an von Blatt 4a, rhythmische Solfet, Blatt 4a. Zunächst mal klopfen wir das Side-Reading, den ganzen Text, 16 Takte zusammen. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, letzte Zeile. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay. Wir drehen das Ganze rum und singen das. Und jetzt achten wir auch ein bisschen auf die Länge. Die Hand schnippt Viertelpuls. Oder Sie klopfen das auf den Knie, wie Sie möchten. One, two, Blatt-Fier-A. Und. 100% Okay, wenn Sie Lust haben, auch hier können Sie üben, in diesem Jazzy Feel, dass man mal auf 2 und 4 schnippt, ein bisschen schneller. 1, 2, 3, 4. Okay, wir gehen weiter zum Blatt Nummer 4b. Rhythmische Solfège, Blatt 4b. Jetzt kombinieren wir Achtel und Triolen miteinander. Und dann kommt es sozusagen zu diesem Terner Binär. Also ich will jetzt nicht gerade sagen, so, dass das irgendwie so vollkommen gegeneinander geht, aber es ist natürlich schon ein ganz anderes Feeling, wenn ich Triolen habe und wenn ich Achtel habe, gerade Achtel. Wenn der Weg zwischen diesem Text relativ lang ist, ist das kein Problem. Aber wenn der Weg sehr kurz ist, dann ist das schon anspruchsvoller, dass man das wirklich Binär-Terner erwischt. Wir geben uns wieder ein Viertelpuls und singen mal zusammen, versuchen das zu singen zusammen, Blatt 4b. Eins, zwei, drei, vier. Ja, 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 vier. Das ist anspruchsvoll, finde ich, vor allen Dingen eben dieser Wechsel in der Phrasierung, aber auch reizvoll. Ich bin ja Schlagzeuger von Hause aus und sowas finde ich natürlich rhythmisch auch sehr reizvoll. Okay, jetzt gibt es die Möglichkeit, dass Sie das klopfen, jetzt gibt es die Möglichkeit, dass Sie sich eine 2 in 4 schnippen und es singen, also verschiedene Möglichkeiten. Wenn Sie zum Beispiel sagen, ich möchte dazu zählen, dann müsste man wirklich, um einen gemeinsamen Nenner zu finden, in dem Fall müsste man dann auf Viertel gehen. Ich kann jetzt nicht gerade Achtel zählen und da oben drüber Triolen singen oder vielleicht Triolen zählen und dann oben drüber gerade Achtel singen. Das ist ganz schön schwer, beziehungsweise das wäre auch ein bisschen krude. Also meine Empfehlung in so einem Fall, dann zählen Sie Viertel. Die erste Zeile, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Okay, wir gehen einen Schritt weiter und kommen zum Diktat, rhythmisches Solfisch 4, Blatt 4c. Aber da sollen Sie ja jetzt noch gar nicht gucken. Jetzt kommt erst mal das Diktat und später können Sie dann Ihren Text mit dem Blatt 4c vergleichen. Vielleicht nochmal wichtig an der Stelle, aus Zeitgründen, ich singe natürlich jetzt hier in dem Fall ein zweitaktiges Pattern insgesamt zweimal. Das ist eigentlich zu wenig. Also ich würde schon sagen, man braucht das viermal und dann braucht man auch einen Moment Zeit. Die haben wir jetzt hier sozusagen in Videoform nicht. Deswegen kommt das nur zweimal. Halten Sie das Video an, gehen Sie nochmal einen Tick zurück und hören Sie sich nochmal an. Ansonsten finde ich immer, wenn ich so ein Pattern höre, dann versuche ich das zu erfassen und auswendig zu lernen. Ich fange nicht sofort an zu schreiben, sondern ich lasse mir im Moment Zeit und versuche das auswendig zu erlernen. Und dann konzentriere ich mich und dann läuft das wie vor so einem inneren Auge, läuft das von mir dieser Text ab und dann versuche ich das zu notieren. Vielleicht ist das ein Tipp für Sie. Wir probieren es. Okay, es kommt ein Notendiktat, Blatt 4C, Takt 1 und 2. 1, 2, 3 und 4. 2, 3 und 4. Pater Nummer 3, Takt 5 und Takt 6. 1, 2, 3, 4 Pattern Nummer 4, Takt 7 und Takt 8 1, 2, 3, 4 Ba, du, da, du, da, du, da Ja, ka, da, 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 da Ba, bu, ba, du, da, du, da Ja, ba, 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 ba Pattern Nummer 5, Takt 9 und Takt 10 Ba, du, da, ka, da, da, du Ba, du, da, ka, da, da, da Ba Ba, da, du, da, ka, da, 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 du, du, ja, ka, da, 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 da Ba Das sechste Pattern Takt 11 und Takt 12 1, 2, 3, 4 Bu, 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 ja, pa, ba, bu, bu, ba Bu, ja, pa, ba Und Bu, bu, ja, pa, bu, bu, ba Bu, ja, pa, ba Siebtes Pattern Takt 13 und Takt 14 1, 2, 3, 4 Ba, bu, bu, ja, pa, ba, ba Ba, 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 ba Du, da, du, ja, pa, pa, ba, ba Ba, 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 ba Letztes Pattern Nummer 8 Blatt 4C sind wir immer noch Und das ist jetzt der Takt 15 und der Takt 16 1, 2, 3, 4 Du, ja, pa, ba, ba Ba, 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 ba Ba, bu, ba, ja, pa, ba 1, 2, 3, 4 Du, da, ka, da, 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 ka, da Ba, ba, bu, ba Ja, pa, ba, ba Okay, das waren die 8 Pattern Insgesamt 16 Takte Sie finden den Text auf Blatt 4C Und jetzt singe ich Ihnen nochmal den kompletten Text Vergleichen Sie das mit Ihren Notizen 1, 2, 3, 4 Ba, bu, ba, ba, ba Ba, 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 ba Ba, 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 ja, pa, ba Bu, bu, ba Bu, ja, pa, ba Bu, bu, ba, bu, ba Bu, ja, pa, ba, ba Ba, 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 ba Ba, ba Ba, ba, ba Ba, ba, ba Ba, ba, ba Du, ja, ka, da, da Takt 9 Da, du, 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 da, du Du, ja, ka, da, 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 du Ba, ba, ba . Untertitelung des ZDF, 2020